Asponi mit Christoph Busch und Christiane Wendehorst heute. Wir haben über Plattformverantwortlichkeit im Zusammenhang mit Covid-19 gesprochen. Der Hintergrund dafür ist insbesondere dieses Buch hier, Coronavirus and the Law in Europe, das mit herausgegeben ist von Christiane Wendehorst, in dem Christoph Busch einen Beitrag mit verfasst hat, der sich mit digitalen Plattformen und Covid-19 beschäftigt, der auch der Anlass für dieses Gespräch war. Wir haben in diesem Gespräch auf der einen Seite über einige sehr präzise und konkrete Beispielsfälle, also zum Beispiel Airbnb, das sehr stark Einfluss genommen hat auf die Mietverträge während der Krise oder Amazon, das angefangen hat, in den ersten Tagen der Krise die Auslieferung bestimmter Waren zu priorisieren oder auch eBay, das begonnen hat, exzessive Preisentwicklungen auf der Plattform zu unterbinden. Wir haben also auf der einen Seite über solche Beispiele geredet und Busch tut das in seinem Aufsatz in größerem Detail. Wir haben aber auch über die abstrakten Folgefragen, die sich daraus ergeben, diskutiert und haben das insbesondere vor dem Hintergrund der Involvierung beider meiner Gesprächspartnerinnen in das ELI, in das European Law Institute getan. Das European Law Institute ist eine Einrichtung in Wien oder mit Standort Wien, aber Mitarbeiterinnen und Mitgliedern aus der ganzen Welt, das sich mit der Entwicklung von Guidelines, Prinzipien und ähnlichen rechtlichen Instrumenten beschäftigt, die Einfluss nehmen sollen auf die Entwicklung unserer digitalen Umgebung, zum Beispiel im Bereich der Plattformen, aber auch jetzt in Konkreto in diesem Herbst mit Prinzipien für eine Digital Economy. Und wir haben uns diese Beispiele ein wenig näher angesehen. Wir haben über das Verhältnis von von Rechtswissenschaft, anderen Disziplinen und Rechtsberatung gesprochen und das alles eine Stunde lang. Wenn Sie sich entweder für Plattformen und Plattformökonomie oder für Covid-19 oder idealerweise für beides interessieren, dann ist das eine gut investierte Stunde.